Hallo, heute gehen wir mal den Adu-Akkord durch, das heißt ich werde erst die Tonleiter dir zeigen und das ganz einfach in Folien, wie ich es bis jetzt auch gemacht habe und dann den Akkordaufbau Gucken wir uns erstmal das Symbol an, wir sehen, dass der Zeigefinger auf der D-Seite liegt auf der G-Seite liegt der Mittelfinger und auf der H-Seite der Ringfinger, jeweils am zweiten Bund Dieses Symbol, was ihr sicherlich kennen, vielleicht aus dem Gitarrenbuch oder aus dem Liederbuch, wo diese Akkord-Symbole ja zu finden sind Du kannst die A-Seite offen spielen und die E-Seite offen spielen Doch wie setzt sich eigentlich dieser Akkord zusammen? Und darum geht es in diesem Video Und fangen wir einfach mal an Wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Klavier gucken würdest, dann würde das ungefähr so aussehen Ja, da habe ich die Töne mal so markiert, die ein Klavierspieler greifen würde Du siehst links drei Tasten gedrückt und auf der rechten Seite drei Tasten gedrückt Gehen wir mal schrittweise jetzt vor Unser erster Ton, den wir in der A-Do-Tonleiter haben, ist unsere A-Seite Und da ganz einfach auf die A-Seite spielen Der nächste Ton ist unser Ton H und den findest du auf dem zweiten Bund, der A-Seite So, und jetzt wird aus dem C ein Cis Und du siehst hinter dem C ein Kreuz Das heißt also, dass dieser Ton um einen halben erhöht wird und somit gehst du einen Bund weiter Am dritten Bund würdest du hier das C finden Am vierten das Cis So, und danach folgt der Ton D Den kannst du entweder auf dem fünften Bund der A-Seite spielen Oder du spielst einfach die D-Seite offen Ist gerupf wie gesprungen, ist der gleiche Ton Der nächste Ton, der folgt, ist das E Den findest du am zweiten Bund deiner D-Seite Jetzt kommt das Fis, also auch das F wurde um einen halben Ton erhöht Und den findest du am vierten Bund deiner D-Seite Und jetzt wird auch noch das G erhöht Und am ersten Bund deiner G-Seite findest du den Ton Gis Und jetzt kommen wir zum achten Ton Und das ist dein A Und den findest du dann wieder auf dem zweiten Bund der G-Seite So, das sind deine ganzen Töne A H Sis D E Fis Gis A Und jetzt verrate ich dir noch ein kleines Geheimnis Du siehst, dass drei Töne auf den schwarzen Tasten liegen Das Cis, das Fis und das Gis Und das wird ja symbolisiert mit diesem musikalischen Kreuz-Symbol Und wenn immer am Anfang der Noten drei Kreuze stehen Weißt du, dass es A-Dur ist? Ja? Gut, gehen wir mal weiter Kommen wir jetzt zum Akkordaufbau Ich könnte jetzt das A Als Grundton nehmen Logisch, wir wollen ja auch einen A-Dur-Akkord spielen Der nächste Ton wäre das Cis Das greife ich am vierten Bund Und Eine A-Seite Dann klingt aber jetzt nicht mehr die A-Seite Gut, gehen wir mal weiter Das Cis ist unsere Terz Das ist der dritte Ton innerhalb dieser Tonleiter A-H-Cis Also, am vierten Bund, wie ich eben schon sagte Unsere Terz Hm, dann haben wir aber die A-Seite nicht mehr Dennoch werde ich dir hier jetzt zeigen Wie es weitergeht Und wenn ich jetzt am zweiten Bund greife Dann habe ich zumindest schon mal die Quinte Und die Terz A-H-Cis Meine Terz A-H-Cis D-E Der fünfte Ton Also Quinte Woher hole ich mir jetzt aber meinen Grundton? Ich brauche ja A als Grundton Und das könnte ich jetzt mir am fünften Bund der E-Seite holen Dann hätte ich dort meinen Grundton Und wenn ich diese drei Töne jetzt spiele Habe ich einen A-Dur-Dreiklang Ja? So, das ist erstmal soweit Das wäre aber für den Anfänger sehr schwer zu greifen Überlegen wir uns also, wo finden wir noch ein Cis Und das findest du am zweiten Bund der H-Seite Ja, ich spiele ihn jetzt mal zusammen Mit dem tiefen Cis Damit du dir das mal anhörst Gut, aber zumindestens hätte ich jetzt schon mal meine Terz Und jetzt suche ich mir meine Quinte wieder heraus Am zweiten Bund der D-Seite Habe ich schon mal Quinte Habe ich schon mal Quinte und Terz Und wenn ich jetzt Am zweiten Bund das A nehme Dann habe ich wieder einen Dreiklang Und das ist genau das, was du auf deinem Symbol hast Und jetzt kannst du die A-Seite noch mit als Bass nehmen Und die Quinte wiederholt sich ja mit der E-Seite Also kann ich Den A-Du-Akkord So spielen Nur mit der Zeit wird sowas ja auch dann langweilig Und ich mach diese Videos nur deswegen Um auch deine Kreativität ein bisschen anzuspitzen Du musst ja nicht unbedingt immer alle fünf Seiten spielen Du kannst ja auch selbst variieren mit drei Klängen Und wenn wir uns jetzt mal Folgendes vorstellen Wir lassen die D-Seite einfach weg Und spielen jetzt einfach die A-Seite Und die Melodie-Seiten Dann klingt das so Und jetzt machen wir mal eine kleine Übung So, welchen Ton habe ich da? Richtig, unsere E-Seite Und darunter liegt logischerweise unsere A-Seite Und jetzt spiel doch einfach mal A-Seite E-Seite Wieder A-Seite mit dem Daumen Wieder die E-Seite mit dem Daumen Ja, und das Ganze würde sich dann jetzt so anhören Und so weiter und so fort Ja? So, und jetzt könntest du Wenn du die A-Seite gespielt hast Dann das auf einmal spielen Im Anschluss Dann spielst du anschließend die E-Seite Wieder die A-Seite E-Seite Oder du variierst und sagst einfach Du lässt die B-Seite weg Und spielst nur die Höhen Und so weiter Also du siehst, deine Kreativität ist Raum geboten Also einmal die E-Seite Und dann das spielen Oder eben halt die D-Seite dann weglassen So, und jetzt weißt du, wie sich dieses Akkordsymbol Zurecht Schustert Schustert ist gut Aber jetzt weißt du, wie es sich zusammensetzt Ja? Du hast auf Z hast du deine Quinte Auf M hast du deinen Grundton Und auf dem Ringfinger liegt deine Terz Und jetzt wünsch ich dir viel Spaß Beim weiteren Ausprobieren Deiner Kreativität Freien Lauf zu lassen Und taste dich heran Das ist mein Rat, den ich dir geben kann Nichts geht von heute auf morgen Ja, lass dir Zeit Aber probier einfach aus Okay, in diesem Sinne Ich hoffe ich Dieses Video konnte dir helfen Und ich würde mich freuen, wenn du demnächst dann wieder einschaltest Schalttest Bis dahin Bleib ich dein Hossi und Ciao!